Gewecklicht. Was haben wir hier? Kennt es? Hallo, ein offenes Fenster. Aufgabe erledigt, wir sind drin. Geld, Geld. Was haben wir hier? Liebe Vetter, einfach zu suchen, den Paul zu schützen, wir hatten immer grotesker. Heute hat er vor der Tür zur Schatzkammer im Keller einen Salkart anbringen lassen, was den Öffnungsmechanismus angeht. Meine Männer haben überall gesucht, ohne Erfolg. Überall, außer in Embers Privatgemüchern natürlich. Solltest du das herausfinden, lass es mich wissen. Ember bereitet sich auf Julians Rückkehr vor, er lässt das Medaillon der Rutherfords keine Sekunde aus den Augen, aber gewiss nicht wegen seines Metallwerts. Lady Elizabeth muss gern haben, was geschehen würde. Sicher ist die ihre Abwesenheit auch bemerkt. Was uns angeht, wir müssen dem Sieger gehorchen, egal wer gewinnt. Aber unsere Zeit wird kommen. Pass gut auf dich auf. Vetter zieh. Und dein Heindluck. Hier können wir auch Kerzen löschen. Also, mal sehen. Hallo? Bist du alleine? Hey du. Schöne Aussicht, oder? Wie sehen wir schön fallen. Komm mit. Obwohl, hier kommt ihr keine Wache durch. Ich hätte ihn auch liegen lassen können. Aber naja, es würde keinen Spaß machen. Mal sehen. Seid ihr wertvoll? Nein. Nein. Weg. Noch eine Notiz. Benwick, ich habe schlechte Neuigkeiten aus der Stadt. Das Medaillon ist weg! Julian ist natürlich völlig außer sich, welcher seiner Fettern es wohl gestohlen hat. Nestor. Pess, falls du es warst, ich bin auf deiner Seite. Der Diebstahl war verdammt schlau eingefädelt. Eine Kiste. Mit einem Schloss. Na? Hallo? Beute. Ja, auch wenn sich die Schwierigkeit gerade ändert, die Beute ist immer an derselben Stelle. Falle. Autsch. Was dir voll die Tür auf die Nase gehauen gehört, das war nicht sehr elegant. Ist das Beute? Nein. Falle. Das Problem ist, die Wachen hören auch, wenn ihr diese Gegenstände fallen lasst. Hallo? Ich bin nicht an dir einmal vorbeigekommen. Da vorne sollte noch ein Eingang sein. Lasst mich mal ein bisschen umschauen. Es ist immerhin zwei Jahre her, dass ich es gespielt habe. Los, Stato. Ah, komm her. Oh, du kommst nicht näher. Was ist Pech für dich, Alter? Na, komm schon. Was zur... Ich kann's nicht näher. Ich kann's nicht näher. Ich kann's nicht näher. Ich kann's nicht näher. Blöde Idioten, das war... Ich hab ihn doch klar erwischt. Ah, verdammt. Läuft überhaupt nicht gut. Weißt du was? Das läuft gar nicht gut. Verdammt. Das läuft gar nicht gut. Ah, verdammt. Ah, verdammt. Du würdest du bitte die Blitzbombe werfen? Danke. Ich bin alle aufgerufen. Ich, 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 ich kann's nichts sehen. Wow. Ich bin scheiße. Da, ich glaube, ich kann's wieder sehen. Heitag nehmen. Okay, wisst ihr was? Seid Arschlöcher! Na, was ist das? Warten wir mal einen Moment. Was ist mit dir? Piss dich! Ah, ich werde da gleich noch die Säufen geben, Alter. So, das ist die Wache. Jetzt ist es aus mit netten Dieb. Ähm. Ähm, hier rein. Ab. Jetzt ist es aus mit netten Dieb. So, was ist zu dir? So, was ist zu dir? So, was ist zu dir? Na, siehst du. Weißt du was? Ich lasse dich hier liegen. Blut! Oh mein Gott! Wack zu! Wack zu! Äh. Ja. War eigentlich noch irgendwas? Gott, so lange her. Hm, nein. Hier sind auf jeden Fall die Wachquartiere. Warte! Oh ja, hier schläft ja noch einer. Hatte ich ganz vergessen. Hallo? Hallo? Weißt du was? Allein, weil ihr mir so auf die Nerven gegangen seid. Ich darf nur keine Zivilisten töten. Allein, weil ihr mir so auf die Nerven gegangen seid. Das ist Schluss mit lustiger Dieb. Ich töte nochmal also nicht, aber ihr seid mir echt auf die Nerven gegangen. Hallo? Beute. An alle Wachen, vor der Schatzkammer der Familie Rutherford, wurde ein Fallgatter zum Schutz des Opals der Blutlinie angebracht. Nur Lord Amber kann das Fallgatter öffnen. Seine Mannschaft erwartet, dass sein Vetter Julian schon bald versuchen wird, ihn nie die Stein zu stehlen. Halte also die Augen offen. Captain Williams. Kein Drang. Wo geht's hier lang? Ah, hier ist das. Okay. Hier ist noch ein Stand. Hm. Ich dachte, irgendeiner der Wachen hätte einen Geldbeutel dabei. Hm. Naja, egal. Ich werde schon genug Beute finden, hoffe ich. Hoffe ich wirklich. Ah. Mal sehen. Lasst uns weiterschauen. Oh, Wache. Wachen mit Fackeln sind scheiße. Hm. Oh, Pfeile. Wanns, 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 wanns. Hm. Was mache ich mit dir, hm? Ach, mir Pfeile. Ja, ich. Ja, ich. Das war unnötig? Bist du tot? Hm. Interessant. Ich glaube, er ist in seine eigene Fackel gefahren und verbrannt. Sehr interessant. So, hier seht ihr Nebel. Hier geht es zum zweiten Abschnitt des Levels. Hier werden wir mal... Nein. Macht das Licht aus. Danke. Ich. Ein Zivilist. Du stehst ziemlich dämlich, Zivilist. Das ist ein gutes Beispiel. Danke. Ich habe ihn nur bewusst rausgeschlagen. Er ist nicht tot. Er ist nichts, nichts, nichts. Nichts. Noch eine Fackel. Über ein Licht! Aha. 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 Nichts wertvolles. Nichts wertvolles. Nichts wertvolles. Fackel. Hier sind wir wieder hier. Okay. Damit ich mich wieder mal hier auskenne. Ja, ich habe sie. Kann ich sie auch einsetzen. Also, was mache ich mit euch beiden Hübschen? Ich habe sie in. Ich habe sie in. Ich werde erst mal den Fettklops hier erscharken. Wenn ich an den Däumen vorbei komme. Das war knapp. Du siehst ein bisschen angeheitert aus. Kann das sein? Ja. Wann ich was? Nein. Okay. Die lasse ich liegen. Denn hier sind keine Wachen mehr. Was haben wir hier? Nichts. 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 Ich sehe ihn. Aber ich komme nicht rein. Was ich schon immer mal versuchen wollte. Oh. Wow. Was glaubt? Ich kann sie sogar aufnehmen. Cool. Klasse. Ich stehe drauf. Gut. Ähm. Lass mal sehen. Ich will erstmal alles hier machen. Wir haben noch ziemlich wenig Beute. Da muss ich lang. Hier muss ich lang. Da muss ich lang. Eine Wache. Eine Wache.